Blitzboy mit dem Superwitz Entschuldigung, Sie haben sich verwählt Malaga Rimini Brindisi, ja, Athen, Athen, Athen Street League, richtig nice, das ist ein Event, das kann man sich so vorstellen wie die Weltmeisterschaft für Skateboarder Da verdiene ich 890 Euro am Tag, im Monat mal 30, 890, 60, 70, also wo waren wir jetzt? In die Schule zu gehen ist wirklich schön und vor allem sollte man auch wirklich wissen, was man auf der Schule will Und 12